Irgendwie den Ball sofort Richtung Korb befördern. Und die Türken dürfen alles machen, nur nicht faule. Mein Gott, ist das ein Krimi. Sie tun mir leid, wenn Sie hier als Verlierer vom Feld gehen, diese Runde. Aber es ist natürlich auch nicht unverdient für die Türken, überhaupt keine Frage. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Die Serben über die längste Zeit der Partie immer wieder vorn. Meist so mit vier bis sechs, sieben Punkten. Dann der Lauf der Türken. Dann Willitschkovic, dann Tunceri. Und jetzt? Wo ist Teodosic? Tipp in, geblockt. Die Türken sind im Endspiel. Und jetzt sprechen alle Timme. Und die Serben, bei allen türkischen Jubeln sollen wir nicht vergessen, die haben den Superreis von mir, der Mannschaft hier im gesamten Turnier abgeliefert. Er ist natürlich fürchterlich enttäuscht. Schade für die Serben und Party, Party, Party für die Türken hier in Istanbul. Wir haben mit ihrem Kampfgeist das Ding nochmal gedreht. Hier der Tipp in, und dann der Block von Semi Erdem. Der zweite Held der Türken hier. Das wäre in Ordnung gewesen von Willitschkovic. Und Erdem verhindert das Ganze und bringt die Türkei endgültig ins Endspiel gegen die USA. Noch Fragen zum Thema Spannung beim Basketball? Also, morgen 20.15 Uhr auf Sport 1 Basketball-WM-Finale Türkei gegen die USA. Bis morgen. Die Bas...